Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner, das war ein Befehl! Wer sind Sie? Dass Sie es wagen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, meinst du das einfach, Gettel? Das bin ich sehr an, mit der Jode! Jeder hat mich belogen, sogar die US-S. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbieten... Nichts als Feiglinge! Verreicht ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch der Geschmolz des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu nahe, dass mir mein Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das militärvolle Aktionen nur behindert! Es hat mit jedem nur... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan, von jahrelang alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rauber erobert! Verreiter! Ja! Wah!